Ja, meine Freunde, erstmal wunderschön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum neuen Video hier auf diesem Kanal. Drei Themen heute im Gepäck. Zum einen reden wir über Geraldo Becker, der den Balljungen von Werder umgeschmissen hat. Hatte ich ja schon im Stream direkt kritisiert gehabt, dass das natürlich gar nicht geht. Da sprechen wir gleich nochmal drüber. Dann Felix Argo, der sein Comeback gegeben hat, was uns natürlich alle sehr, sehr freut. Da sprechen wir gleich auch nochmal drüber, was er auch für Möglichkeiten eröffnet. Und auch über Jens Day, unser neuer Sechser? Was ist mit Sennelinen? Auch großes Fragezeichen. Darüber sprechen wir in diesem Video. Schön, wie gesagt, dass ihr erstmal eingeschaltet habt. Lasst doch gerne zu Beginn einmal ein Däumchen nach oben da. Lasst auch sehr, sehr gerne ein Abo da. Und dann gibt es natürlich nur noch zu sagen, heute Abend 18 Uhr stammtisch live. Würde mich sehr freuen, wenn ihr einschaltet. Kurz schon mal zu den technischen Problemen. Ich hoffe, dass ich übergangsmäßig das Ganze jetzt einigermaßen hinbekommen habe. Videoaufnahmemäßig sieht eigentlich soweit ganz okay aus. Hoffen wir einfach mal. Däumchen drücken. Das ist zumindest Übergang, bis dann wir die Technik upgraden können. So, genau. Jetzt sprechen wir aber als allererster erstmal über die Becker-Aktion. Und da gab es ein Artikel nach dem anderen. Und zwar selbst auch von der Welt. Die Welt hat sogar berichtet. Hier, guck mal. Die Welt. Unionsnerven liegen blank. Stürmer schubst Balljungen zu Boden. Und auch hier wurde darüber berichtet. Unschöner Zwischenfall. Unionstar schubst Werder Balljungen um. Ja, sowohl von der Deichstuhl, von der Welt, von vielen weiteren Zeitschriften. Und auch im Fernsehen war es zu sehen, was Becker dort getan hat. Becker ging der Einwurf nicht schnell genug, hat den Ball nicht schnell genug bekommen. Nahm dann den Ball und schmiss den Balljungen so halt eben um. Das Ganze hatte während des Spiels keine Konsequenzen. Könnte aber nachträglich jetzt Konsequenzen haben. Ich finde persönlich auch sehr wichtig, zu diesem Thema noch was zu sagen. Damit das eben nicht untergeht. Und ich hoffe, dass da auch die Präsenz so groß genug ist von eben diverser Zeitschriften, von diversen Medienplattformen, dass die Aktion nicht untergeht. Und ich glaube, da tut es einfach auch gut, wenn man dazu nochmal was sagt. Denn das geht natürlich überhaupt gar nicht. Das ist ja ganz klar. Der DFB kann jetzt im Nachhinein natürlich auch gegen Becker ermitteln. Und auch darüber haben die Zeitschriften geschrieben, dass das jetzt sehr möglich ist natürlich. Aber ich hoffe auch, dass das geschieht. Denn das geht überhaupt 0,0. Wenn wir im Fußball immer wieder über Werte sprechen, Werte für die der Verein steht, Werte für die der Fußball steht und dann Balljungen umschubsen. Das passt natürlich überhaupt nicht zueinander und muss demnach auch geahndet werden. Welche Strafe dafür gerecht ist, das ist überhaupt nicht meine Intention. Um mir da irgendwie was rauszunehmen und zu sagen, das und das und das. Aber ich finde schon, dass man darüber auf jeden Fall sprechen muss, dass es eine Strafe geben muss für Becker. Und hoffentlich auch was für den Balljungen. Denn er ist am Ende der Geschädigte. Also es geht nicht nur darum, Becker zu bestrafen, sondern auch der Balljunge, dass man da vielleicht in irgendeiner Form sich was einfallen lassen kann. Auch von Werder-Seiten übrigens würde ich mir das wünschen. Vielleicht ist Werder ja auch schon dran. Man weiß es nicht. Wenn man da vielleicht, da reichen ja auch diese Präsenten. Es geht ja auch um die Geste. Trikot von der Mannschaft, von allen unterschrieben. Zack, an den Jungen ran. Beim nächsten Spiel vielleicht direkt überreichen. So ist das eine schöne Sache. Man darf immer nicht vergessen, die ein oder anderen werden sagen, ja, halt geschubst, gefallen. Ja, stell mal vor, der fällt böse. Und du würdest so ein Wort, so ein Satz sagen, ja, ist halt gefallen. So, geht überhaupt gar nicht davon mal ab, dass wenn du im Stadion von einem Fußballprofi umgeschmissen wirst, ist das auch ein prägendes Ereignis. Wenn das danach in der Presse und im Fernsehen gezeigt wird, ist bestimmt nicht so geil. Deswegen an der Stelle hoffe ich, dass sich sowas ausgedacht wird und man damit, ja, vielleicht so ein bisschen dem Jungen diese Aktion auch aus dem Kopf streichen kann. So, das wollte ich auf jeden Fall sagen. Gegenüber Becker wird ermittelt oder hoffentlich ermittelt bald. Und damit können wir dieses Thema zumindest abschließen. Jetzt sprechen wir über Felix Aru. Das ist nämlich das Gegenteil von dem ersten Thema, ein sehr positives Thema. Er wurde eingewechselt. Und das ist wunder, wunderbar. Wir haben ihn schon in den Testspielen gesehen gehabt. Auch dort hat er echt ein gutes Spiel gemacht. Als er jetzt am Wochenende eingewechselt worden ist, hat mir eine Sache extrem gut direkt gefallen. dieses extrem Dynamische, dieses extreme Tempo, diese Beweglichkeit. Aru bringt da einfach eine Menge, Menge mit sich. Hat er damals schon. Er hat damals schon Ansätze und gesagt, ey, das und das ist echt richtig gut. Hatte auch in der 2. Liga eine richtig gute Phase. Hat sich dann verletzt gehabt oder war gesperrt. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Und genau in dem Moment hat Weiser extrem gut funktioniert. War dann ein bisschen bitter für Aru. Wobei man bei Aru auch immer noch sagen muss, er kann ja beide aus der Teil der Position. Also sowohl rechts als auch links kann er eben spielen. Das ist natürlich auch extrem wertvoll für uns. Mega, mega schön, dass er wieder da ist. Ich habe mich extrem gefreut. Gestern war übrigens einer, also tatsächlich ein Kommentar gab es dazu, nicht irgendwie 10, 20, 30, 40, aber ein Kommentar gab es dazu, dass ich im gestrigen Nachtrag nichts über Aru gesagt hat. Wie geht das? Also wieso mache ich das denn? Ja, es war von Anfang an geplant, dass ich heute zu Aru und Stay ein Video machen wollte, weil ich finde, dass die beiden ein separates Video einfach jetzt nochmal verdient haben oder beziehungsweise, dass man darüber einfach sehr viel zu sagen gibt. Und bei Aru hat das vor allen Dingen ja auch sehr weite Auswirkungen, wenn man überlegt, dass er wirklich wieder eine Option für den Kader ist. Je nachdem, wie weit man ihn rangeführt bekommt, auch bis zum Winter, wäre natürlich auch die Überlegung wieder da, eventuell im Winter eine Viererkette zu integrieren und Aru auf Rechtsverteidiger zu stellen, Weiser vorzuziehen. Das ist mit Sicherheit eine Möglichkeit, die man durchgehen kann, mit Sicherheit eine Option. Im Allgemeinen eröffnet das ja auch die Option bei der Fünferkette jetzt, also bei der Dreierschritt, die Fünferkette Aru mal auf Rechts spielen zu lassen und Weiser vielleicht ins Mittelfeld zu ziehen, nach vorne zu ziehen. Schon oft haben wir darüber gesprochen, dass Weiser eben defensiv Defizite hat, aber offensiv einfach mega genial ist und da auch seine ganz klaren Stärken hat. Und deswegen würde es ihm vielleicht sogar guttun, ihm vorzuziehen. Also diese Möglichkeit besteht ja auch. Des Weiteren ist es auch schön zu wissen, dass wenn jetzt eben Weiser oder De Moor ausfallen, man einen Felix Aru noch dahinter hat. Eigentlich bräuchten wir sogar noch einen Außenverteidiger, wenn wir mit Jürgen innen planen. Den ich innen, und das habe ich seit gefühlt anderthalb Jahren, sage ich, dass der innen viel besser funktionieren wird als außen. Und dass ich ihn auch schon menschlich, die ganze Zeit fand ich Jürgen spitze. Menschlich habe ich immer ihn gelobt, nur spielerisch ist er halt eben kein Schienenspieler. Für mich nie gewesen. Er hat seine Sache gut gemacht, in seinen Möglichkeiten, aber innen gefällt er mir hundertmal besser als außen. Also jung sollte man als festen Innenspieler sehen. Aru als Backup eben der beiden Seiten kann und dann einen weiteren Außenverteidiger verpflichten demnächst. Das muss eigentlich unsere Ambition sein. Ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass Aru wieder da ist und hoffe, dass wir demnächst auch viel mehr noch von ihm sehen werden. Wie gesagt, sein enormes Tempo und seine Dynamik hat man sofort gemerkt. Ich bin extrem gespannt, wenn er mal mehr Minuten bekommt, ob er noch auffälliger wird, wie er sich zeigen kann. Für den Moment ist es einfach erstmal schön, dass er wieder da ist. Von daher einfach mal gerne unten reinschreiben, Aru ist wieder da. Hashtag Aru Comeback So, ähm, das freut uns doch alle, glaube ich. Ja, jetzt sprechen wir dann über das Hauptthema sozusagen dieses Videos. Ähm, Jens Stay, unser neuer Sechser, Fragezeichen. Was ist mit Sennelinen? Darüber muss gesprochen werden, denn im letzten Jahr, muss man ja auch einfach nochmal erwähnen, im letzten Jahr haben wir immer wieder die Diskussion gehabt, ja, könnte man nicht auch für Christian Groß mal Stay auf der Sech spielen lassen? Dort wurde das irgendwie nie geprobiert. Viele haben auch gesagt, nee, ist Achter, Box-to-Box-Spieler. Ähm, also man muss ja erstmal sagen, Stay kann auf jeden Fall Achter spielen, Box-to-Box-Spieler und ist da eigentlich auch mit so der Beste in seiner Kategorie in unserem Kader, wenn man überlegt, wie viel er nach vorne, aber auch nach hinten macht. Also dieses, diese beidseitige Ambition ist bei Stay einfach schon sehr, sehr stark und man merkt auch, dass die Wege von Stay gerade nicht da sind auf der Acht. Denn er wirklich ackert bis zum Geht nicht mehr nach vorne. Bittenkurt macht das auch auf eine unangenehme Weise, vor allem für den Gegner, ähm, aber Stay's auch Präsenz, auch vom Kopfballspiel her, ähm, seine Schüsse auch aus der zweiten Reihe und so, das merkst du jetzt alles nicht mehr so auf der Sechser-Position, ähm, weil er eben deutlich defensiver steht und scheinbar auch die Anweisung bekommt, dass er die Position sehr stark so halten soll. Denn Stay macht sehr wenig Ausflüge im Spiel, steht sehr zentral orientiert und bleibt dort eigentlich auch die ganze Zeit, ist dadurch auch ein Stück weit immer anspielbar, also interpretiert die Sechser-Rolle ein Stück weit anders auch als zuletzt, wie wir die gespielt haben, liegt wahrscheinlich aber eben auch daran, dass wir allgemein in den letzten zwei Spielen taktisch deutlich defensiver aufgetreten sind. Also es ist so eine Art neue Taktik, die da, ja, ich sag mal, ausprobiert wird, ähm, die natürlich auch ein Stück weit auf die Kosten der Offensive landet. Ja, das kann man, glaube ich, mal zumindest so stehen lassen erstmal. Stay macht das aber sehr, sehr gut. Also Stay macht seine Rolle auf der Sechs sehr, sehr gut. Wundert mich nicht, hat ja auch bei Kopenhagen auch in der Doppelsechs schon gespielt gehabt. Also, dass er das durchaus kann, äh, ich glaube, das war uns allen bewusst, äh, dass das durchaus auch eine Möglichkeit ist, war uns allen bewusst, ich persönlich würde trotzdem ungern auf ihn eigentlich auf der Achterposition verzichten. Ja, gerade macht uns Romano Schmid, der für mich auch, wie gesagt, Spieler des Spiels war, ähm, am Wochenende und auch Bittencourt sehr gut, ähm, aber dennoch, sage ich persönlich, äh, gefällt mir diese, dann doch auch körperliche Variante auf der Achterposition von einer Seite aus besser oder eben auch eine Doppelsechs mit einem freien Spieler davor. Das heißt zum Beispiel, Stay und Linien auf der Doppelsechs, ähm, zu spielen und dann davor zum Beispiel Romano Schmid, der dann offensiv vielleicht noch ein bisschen kreativer und freier agieren kann, wenn er eben ein Stück weit die defensiven Aufgaben, ja, so ein bisschen rausbekommt. Des Weiteren ist natürlich auch immer noch die Möglichkeit, wie gesagt, hab's ja vorhin schon mal gesagt, im Winter vielleicht auf eine Viererkette zu gehen und in dieser Viererkette eine Doppelsechs zu integrieren, äh, mit Stay und Linien auf der Zehner zum Beispiel, eben Romano Schmid vorne im Sturm, äh, dann eventuell durch, links, äh, über links kommt dann vielleicht ein Jimau und über rechts Weiser als Beispiel, als Einbeispiel, wenn man jetzt im 4-2-3-1 baut oder auch in der Raute gibt's da viele Möglichkeiten, sowas zu machen, dass du eben, äh, Stay trotzdem, das nicht komplett wegnimmst, dieses, diesen Vorwärtsgang, sag ich mal, den er ja durchaus auch hat. Man muss natürlich auch sagen, äh, und das ist eigentlich halt auch nun mal Thema, ähm, in allen Komplimenten und allem Lob, was Stay sehr, sehr gut macht, absolut, äh, da sind wir, glaube ich, alle auch begeistert und das freut uns auch, frage ich mich trotzdem immer wieder auch, warum hat man letzte Saison das nicht ausprobiert gehabt, wo man eben groß, gar nicht, äh, 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 falsches Wort, groß, durchaus auch mal angezweifelt hatte und es dort eigentlich auch einen Impact gebraucht gegeben hätte, vielleicht mal, Stay dort auf die Acht zu tun, äh, auf die Sechs zu tun und dann vielleicht im Sommer, äh, anders auf dem Markt zu agieren, Stay dann eben als klaren Sechser zu spielen und eventuell einen anderen Acht erholen, beispielsweise Amiri, der für einen günstigen Preis zu haben war, als Nummer, also als Beispiel, ne, als Beispielrechnung, ähm, nein, wir haben jetzt seine Linien geholt, der gegen Bayern ein super Spiel direkt gemacht hat, ähm, vor allen Dingen gezeigt hat, wie passstark er sein kann, ja, er hat ja auch jetzt ein, zwei, ähm, schwierigere, schwierigere Auftritte, dennoch, ähm, ist er eigentlich eine absolute Passmaschine, das hat er auch schon mehrfach unter Beweis gestellt, ähm, das ist ganz klar, er ist auch, er kann auch unangenehm in den Zweikämpfen sein, also er geht da auch bewusst rein, sein großes Defizit ist eigentlich, finde ich persönlich auch gar nicht so, sein Spielverhalten im Game, äh, ich glaube, dass sich sein Zweikampfverhalten und seine Passquote noch viel mehr verbessern würden, wenn er dauerhaft die Spielpraxis hat und in diesem System komplett ankommt, oder eben gegebenenfalls im neuen System, äh, aber, und das ist eben so ein bisschen das Problem, ey, ihm fehlt einfach Tempo, seine Linien fehlt einfach Tempo, und das hast du bei Stay dann doch auch gemerkt, dass bei Conte Situationen er schneller hinter dem Ball auch, äh, äh, oder dort auch einfach mit mehr Tempo agieren kann, das kann Senna halt eben nicht, da hat er halt eben nicht das Tempo, ähm, das ist natürlich sehr, sehr bitter, trotz dessen, sag ich persönlich auch, musst du auf den Jungen eigentlich weiter setzen, äh, ich finde, dafür bringt er viel zu viel mit sich, auch viel zu viel Spielintelligenz, um ihn jetzt völlig außen vor zu lassen, oder zu sagen, ja, gut, Stay funktioniert, dann, äh, Linien jetzt als Backup, das wäre mir dann doch ein bisschen zu schade, äh, wenn man das Ganze so machen würde, deswegen hoffe ich eigentlich, dass man demnächst entweder, wie gesagt, ein Doppelsex baut, oder Senna auch wieder eine Chance geben wird, auf der Sechsterposition, ihn eben jetzt nicht außen vor lässt, das ist dann auch immer so schwierig, es gibt dann auch viele, die, jetzt als Beispiel, wenn Senna drei Wochen jetzt auf der Bank ist, und dann in Woche vier, das Länderspielpause, das heißt, in Woche fünf spielt, und dann kein allzu gutes Spiel macht, jeder dann sagt, ja, guck mal, also, war ja jetzt auch nicht so berauschend, ja, naja, wenn du die ganze Zeit keine Spielpraxis hast, ist es halt extrem schwierig, auch einen guten Auftritt zu machen, das haben wir schon bei ganz, ganz vielen Spielern gesehen, es ist einfach, ähm, besser, wenn du im laufenden Betrieb rangeführt wirst, und auf Spielpraxis kommst, so kannst du dich halt eben verbessern, und besser auch, ähm, dich an allem gewöhnt, vor allen Dingen im System, an Abläufe, etc., ähm, klar, jetzt hatten wir zum Beispiel auch so einen Fall wie mit Bittencourt, dem tat das scheinbar ganz gut, äh, ein paar Spiele mal auf der Bank zu sein, und jetzt macht er eben wahrscheinlich mit, die beste Leistung, die wir so in den letzten Jahren von Bittencourt gesehen haben, aber, das trifft halt eben nicht bei jedem Spieler zu, und, äh, Spielpraxis ist auch bei Spielern eben sehr, sehr oft ein Argument, auch für Leistungen, so, das ist so, kennt auch jeder, wenn wir zum Beispiel aus einer Verletzung zurückkommen, du brauchst dann einfach erstmal ein bisschen um wieder reinzukommen, das heißt, Spielpraxis, äh, die du immer wieder, die dir immer wieder gegeben werden muss. Ja, das ist jetzt die große Frage, wie macht man da weiter, da seid ihr vor allen Dingen ja auch gefragt, schreibt es mal unten rein, was glaubt ihr denn, wie kann man denn weitermachen, ähm, wie bockt man das auf, äh, stay funktioniert super auf der 6, nimmst du ihn raus und zähne rein, kannst du eigentlich nicht machen, beide müssen irgendwie dann aufs Feld, das heißt, du musst zwangsweise irgendwas umstellen, oder jemand anderen raustun, das heißt, dann Leo oder Schmid raustun, so, wie werdet ihr dort eingestellt, oder sagt ihr auch, ne Niko, äh, das würden wir jetzt erstmal so lassen einfach, und stay auf der 6 lassen, Linen wirklich als Backup, was dann doch auch sehr schade ist, gerade für diesen Sommertransfer, ne, ja, ich bin sehr gespannt, was ihr dazu zu sagen habt, was eure Meinung ist, ähm, heute Abend ist Stammtich, freue mich sehr drauf, auch nach dem Sieg wieder mit euch sprechen zu können, gab ja auch einige positive Sachen, sowie natürlich auch negative, bin ja immer ein Fan davon, beide Seiten zu sehen, und, äh, dann geht es am Wochenende, am Sonntag, äh, gegen Wolfsburg, bin ich auch schon sehr gespannt, was das für ein Spiel wird, schauen wir mal, schauen wir mal, was wird, ne, so, und jetzt gibt es natürlich am Ende nochmal ein schönes Feuerwerk, für nochmal zwei, drei Extra-Likes, ist ja wohl ganz, ganz klar, die ihr gerne direkt mal hinterlassen könnt, mit einem Däumchen nach oben, gerne ein Abo dalassen, und dann heute Abend einschalten, falls ihr bei WhatsApp noch nicht abonniert habt, macht das gerne mal, unten ist der Link in der Beschreibung, ähm, um kein Video und kein Stream mehr zu verpassen, so, ich bin raus, ciao, ciao!